Es ist wieder Mittwoch Abend und wir heissen Sie herzlich willkommen. Coop geht in die 3-Woche italienische Spezialitäten und auch unser Rezept ist wieder typisch italienisch. Boll pettine, allo spiedino, dir rosmarino. Töne schon ganz anders als Hackfleischwürstchen am Rosmarin-Spieß. Ja, ob jetzt deutsch oder italienisch, es ist ein raffiniertes Rezept und das sind unsere Zudaten. Mhhh, schmeckt. Und jetzt wollen wir einfach kochen. Ich habe schon ein wenig vorbereitet, ich habe eine Stangensellerie gedämpft. Das gibt noch einen Salat, den wir dazu servieren. Dann habe ich den Dressing gemacht. Die spezielle hier ist die Raccetto Basante Bianco. Jetzt kann ich gleich eine Stangensellerie brauchen. Du kannst mir ihn gleich geben. Super, ich werde ein wenig runter, dann bereiche ich es ein wenig besser. Danke vielmals. Ui, das ist mir unangenehm. Sorry Susan, das ist jetzt wirklich blöd. Meine Mutter. Mami? Den Stangensellerie-Salat müssen wir jetzt schön mischen und noch ein bisschen ziehen lassen. Den lassen wir jetzt einfach. Und dann gehen wir weiter zu den Hackfleischmassen. Die müssen wir ja herstellen, damit die Hackfleischgemischung sind und Brot. Und jetzt kann ich einfach die weiteren Zudaten drin eingeben. Ich frage sie schnell. Ich frage sie schnell. Meine Mutter fragt. Geht statt Stangensellerie auch Knollensellerie? Ja. Das geht gut. Auch in feinen Streifen schneiden oder raffeln. Das geht gut. Hör mal, es geht gut. Einfach in feine Streifen schneiden oder raffeln. Gell? Nein, ich kann nicht. Ich komme gerade zusammen. Nein. Ja. Nein. Ich habe hier ein wenig von Sachen driniert. Das sind Gewürze, Salz, Pfeffer, Knobli. Dann von den Kräutern habe ich hier Rosmarin und Oregano. Und jetzt habe ich es gut geknäht, damit die Masse gut zusammenhält. Jetzt ist die Masse schön vermischt. Und jetzt kann ich auch von dir formen. Nein, Tilo Nodil kommt nach der Tagesschau. Du bist zu früh. Das heisst, ich nehme hier ein Kugelchen vom Fleisch und drücke hier ein wenig Rosmarin rein, das gut zusammen drücken. Und wir haben unsere Hackfleischspiesschen parat. Wunderbar. Was ist mit meinen Haaren? Schau lieber den Bericht, den wir jetzt haben über Prospezi Rara. Das ist eine Institution, die sich um seltene Nutztierrassen und Kulturpflanzen kümmert. Das ist ganz spannend. Platz beim Weg. Aha. Im Grob-Pavillon an der Expo 02 haben 365 Öpfelmodelle daran erinnert, was der tägliche Öpfel nicht nur Genuss, sondern auch Gesundheit bedeutet. Heute geht die Stiftung Prospezi Rara auf ein weit verzweigtes Netz von Obstgärten mit gut 7'500 Bäumen und 1'800 traditionellen Obstsortenzellen. Die Bäume, viele davon Hochstämme, verzaubern die Landschaft im Frühling mit Blutenduft und im Herbst mit leuchtenden Farben. Sie bieten ausserdem Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Grob unterstützt Prospezi Rara seit längerer Zeit mit dem Verkauf von gefährdeten Gemüse- und Obstsorten. Neu kann man in den Bau und Hobby jetzt auch fast vergessene Obstbäume und Beerensträucher von Prospezi Rara neu entdecken. Und wir sind wieder beim Kochen, jetzt geht das Anrecht. Hier bin ich die letzte Spiessie noch gerade am Braten. Die Fertigung habe ich bei 60 Grad in den Backofen geschaut. Die hole ich doch jetzt gerade. Das Koopstudio ist immer am Mittag, Mami. Immer. Ja, klar. Ich hilfe auch nicht. Was? Also muss ich ehren? Ja, klar. Ja, ja, aber die brennen schon nicht an. Nein. Nein, die brennen doch nicht an. Wo soll ich es herstellen? Wo? Da? Okay. Jetzt ist gut. Also, ja. Ich sage es. Merci. Ciao, 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 ciao. Seid schon herzig, hat meine Mutter gemeint. Danke. Sagst du dir einen Gruß? Mami, einen lieben Gruß von der Susanne. Ich bin hier am Anrichten. Ja, mach das. So. Und jetzt kannst du mir von diesen Braten gerade drei geben. Von diesen hier? Ja, gerne. So, so. Ja, super. So. Schön. Ups. Mh. Und so. Wunderbar. Und da tun wir noch ein Zwiegli vom Sellerichraut dazu. Das habe ich am Anfang noch auf die Seite getan. Und dieses Rezept gibt es wie immer noch zu lesen, in der Goop-Zeitung oder im Internet. Und Mami, nächste Woche musst du unbedingt den Bericht schauen von Goop Natura Line. Weisst du, von dieser Biobainwolle aus Indien, wo du die lässigen T-Shirts hast. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen miteinander. Und einen schönen Abend, Frau Rindisbacher. Ja, da hat sie auch die Freude. Ja, sicher. Ja, sicher. Tschüss. Ja, sicher.